Ich habe 300.000 Nachthemden in einer Lieferung an Aldi geliefert für eine Aktion. Und 20 Jahre später muss ich diese 300.000 einzeln in Polybeutel oder sonst was im Päckchen an den Verbraucherschiff. Wenn man mir das damals gesagt hätte, hätte ich gesagt, Sie spinnen, das ist nicht meine Aufgabe. Es ist alles möglich, wenn man rechtzeitig den Wandel der Zeit erkennt.